ja willkommen zurück boxen stop folge 5 muss es mittlerweile sein es geht wieder los wir fahren mit den schönen lambos der liebe bananen beruht ist auch am start und der liebe rennen ist auch wieder mit dabei und wir fahren ein bisschen los und diskutieren wieder über gut um die welt was haben wir denn heute schön heute haben wir das thema sparen ja wieder serverwartungen von psn und auf sämtliche störungszeitungen wird ja immer herumgeflamen es heißt psn kackladen dafür bezahlt man mitgliedschaft und das thema wollten wir ja eigentlich heute mal ansprechen wo ich ehrlich gesagt der meinung bin leute es gibt von psn direkt von sony eine serverstatusseite wo auch sämtliche serverwartungen angekündigt werden rechtzeitig sowie der status der aktuellen server sind und ob daran gearbeitet wird ja ich finde es ein bisschen muss ganz ehrlich sagen ich finde es ein bisschen schade dass einige leute sich darüber aufregen ich bezahle dafür gebühren und ich bezahle dafür gebühren und aber damit muss ich ja rechnen dass vielleicht ab und zu erwartungsarbeiten sind das ist ja das wäre genau dasselbe wenn ich mich jetzt darüber beschwer dass mein fernseher in reparatur geht und man muss auch dazu dazu sagen viele leute machen ja dann immer den vergleich mit xbox ja deren server laufen stabil blablabla ganz ehrlich so nimmt auch nicht noch nicht so lange geld für die bereitstellung eines online-dienstes eigentlich seit xbox 360 geben sie schon geld für das xbox live ja xbox sind seit der xbox 360 sony erst seit der ps4 die ps3 war noch vollkommen umsonst also ich finde es halt ein bisschen lächerlich wie sie wie kleine kinder herumheulen obwohl ich muss sony aber auch eins nachtragen sehen wir dieses schöne benachrichtigungssystem auf der playstation immer wenn hat die plus mitgliedschaft aus das ganze wird man rechtzeitig benachrichtigt das könnten sie auch einführen wenn sie serverwartungen machen wo sie sagen hey leute an den und dem tag zu dem der uhrzeit sind die server schwer erreicht wegen serverwartungen sowas wäre natürlich gell aber man muss es dann auch noch zu gut erhalten wenn die leute sagen ja für so einen scheiß bezahle ich dann überleg doch mal bitte du zahlst 50 euro und kriegst dafür aber pro monat drei bis vier spiele und das sind nicht immer nur indie spiele was nicht heißen muss dass um die spiele schlecht sind wie die meisten leute sagen sondern das können auch mal ältere titel sein das leppert sich in internetseite haben ausgerechnet was der wert gewesen wäre der spiele die man 2014 bekommen hat das waren über 1300 dollar der wert von meinem account von meinem playstation 3 account wo ich ja seit dem playstation plus draußen ist es wer geholt habe wegen gratis spielen die man halt bekommt und 50 euro im jahr ist nicht viel ach gar nichts glaube ich ich habe spiele für die ps3 dass ich selbst die titel die ich auf cd hatte verkauft habe weil ich sie nicht mehr gebrauche weil ich sie alles digital habe und dann sagen die Leute ja aber du musst das ist ja schon plus verlängern gerne 50 euro nochmal für ein jahr zahl ich gerne und die spiele die spiele auswahl die angebote die man hat jetzt allein mit metro als playstation plus mitglied die komplett also beide teile wird als 14 euro gekostet regulär wenn 25 gewesen und ich sag mal hat schon geile rabatte oder hier wer nicht so viel geld hat auch ein autorennspiel haben will kann sich kostenlos als playstation plus mitglied drive club unterladen ja gut wobei das natürlich auch eine entschuldigung dafür ist dass drive club wie oft wurde drive club verschoben ja gut klar die 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 plus version also die plus version die wurde ja nach zehn monaten ist jetzt endlich mal rausgekommen naja auch das normale drive club das war ja eigentlich schon zu release geplant ja ja das schon auch aber auch das generell dass es halt verschoben worden ist klar aber die plus version hieß ja auch dass halt sofort rauskommt sobald das spiel nur released worden ist und die plus version ist jetzt nach zehn monaten erst erschienen die klaren sie machen wollten obwohl ich muss sagen ich habe bei betreff angetestet so wie das hier ihr gesetzt habt grafisch bombastisch der kai gummiband autos man fühlt kein kripp von dem auto die wir zu sehr die sind so oder so leicht und das kannst du gar nicht ich hab's versucht dich dreht sofort, dich haut's raus du hast doch gar kein Gewicht für die Fahrzeuge hier spürst du hier spürst du der Lambo der hat Power du spürst wie das Gewicht zieht du spürst aber auch dass der Allrad dadurch sehr ruhig auf der Straße liegt und kontrolliert um die Kurven kommt den Grid spürst du sogar du spürst ja auch beim Ford Focus dass er Frontantrieb hat ja und was mich persönlich noch an DriveClub noch stört ist halt dieses ganze Klimbim mitten auf der Straße, so mitten im Rennen dass du halt in der Kurve dann noch ein Drift Event hast oder zum Beispiel Ideallinie und musst du fahren also wenn ich ein Rennspiel will, dann fahr ich ein Rennen und fertig das kannst du ja haben was dir bei DriveClub zum Beispiel gefallen wird bei dieser Option Clubfarben dass man sich wirklich seinen eigenen Club herstellt und mal eine Clublackierung entwerfen kann das wäre hier für die Crew wirklich noch geil wenn man eine Crewfarben machen kann heute fahren wir zwar mal in den deutschen Farben aber wir haben für unsere PvP Events unsere gedienten Fahrzeuge unsere Lackierung Lackierungskombination ausgesucht die wir halt gerne verwenden aber ich würde mir das gerne unter Favoriten speichern dass ich nicht jedes Auto in der Farbe fahre sondern wenn wir wirklich mal zusammen fahren klick ja wenn man es braucht das wäre super wo du gesagt hast bei DriveClub dieses Klimbim in den Rennen das war ja das ist ja ganz okay wenn es außerhalb des Rennens stattfindet weißt du in der Open World bei Most Wanted auf der PS3 da gab es ja auch in der offenen Welt Sprungtests und wie mit den Radarfallen wo man schnell in den Radarfall äh Jungens ich habe gerade einen Ausflug in den Schnee gemacht weil er mir so gefallen hat wolltest du den Schneeweinschlag machen oder was? gelber Schnee ist Pfeffer genau es kein gelben Schnee ganz ehrlich die Fähigkeit seinen Namen in den Schnee zu pinkeln lässt mit der Länge des Namens nach ja was muss denn was muss denn mehr machen? mehr Trigger je länger der Name ist ja Heinz-Peter müsste dann schon einen Kasten leer machen ja ich glaube ich habe ein kleines Problem mit dem bunten Lichtern auf dem Dach mit den netten Herren von der Staatsgewalt ja ja ich finde irgendwie persönlich also äh wenn ich jetzt von 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 meiner Gaming Zeit so ein bisschen so schwelgen darf bin ja auch schon mittlerweile 30 ähm ich finde also das Gaming hat sich so ein bisschen erstmal auch zum Positiven entwickelt meiner Meinung nach weil Gaming wird nicht mehr so äh ja ja nicht unterbemittelt sondern früher war es so Gaming zocken eh nur Nerds oder Games zocken eh nur Nerds heute mittlerweile geht es durch komplette genau mittlerweile geht es durch jede Schicht also egal ob das ein normaler Arbeiter ist oder ein Büro ein Typ der zockt auch und was ich natürlich schade finde es ist halt meiner Meinung nach dass halt die Ansprüche sehr gewachsen sind von den Gamern aber meine Ansprüche sind eigentlich relativ human geblieben das mag aber auch daran liegen dass die Gamer die vielleicht jetzt erst anfangen mit Games also die Spieler die vielleicht es gar nicht kennengelernt haben wie es früher war dass auch die Leute sind die da am größten am Jammern sind na ja also es gibt Spiele ich mag Spiele die simpel und einfach natürlich auf den Schnee gesetzt ja ich mag Spiele die simpel und einfach sind äh Beispiel ist äh Playstation Plus 1 halt gewesen die sind das Mercenaries Mercenary Kings ja das war simpel einfach von links nach rechts begegnet mit Kombination so kannst du die lustigsten Waffen zusammenbauen da bist du ja mit einer Waffe gelaufen die jetzt Schussschüssel hat ähm möchte mal jemanden neue Kompli machen ja einen Moment bleiben wir mal kurz stehen äh ihr müsst anrufen jawohl einer von euch ja ich mach das schon ähm ich fand auch ziemlich also eines meiner PS PS Plus Spiel Highlights war Fast ja Fast dieses naja Jump'n'Run war es nicht das war so ein zweieinhalb D Rätsel wo man die Perspektive der Ansicht verändern konnte und ähm so sich in neue Wege eröffnet haben mit mal leichten Rätseln mal bockschweren Rätseln jetzt ist es hier verkehrt tollen Grafik Stil tollen Grafik Stil tolle Atmosphäre insgesamt vielen vielen äh kleine versteckten äh Besonderheiten mhm ja auch wo ich ja auch wo ich ja auch wo wo 2 und 2 als Playstation Plus inhalt rauskam ähm das ist das ist so ein tolles Spiel tolle Grafik tolle Atmosphäre gehabt es war halt ein Indie Spiel von links nach rechts 2D mit 3D Akzenten drin ich fand das ist stundenlang gefesselt klar ich liebe auch Spiele die äh massenhafte 3D Grafik haben hier zum Beispiel The Crew ich freue mich auf das Grafik Update was Ovisoft angekündigt hat aber ich habe auch kein Problem damit ältere Spiele zu spielen äh vorhin dass bei älteren Spiele kein Internetzwang das ist zum Beispiel der Vorteil ich habe auch ähm ja auch meine alte äh äh soll ich gerade sagen meine Advanced ESP habe ich noch äh auf längeren Zugfahrten oder so habe ich die gerne mal einstecken und spiele mal so ein paar alte Spiele da drauf einfach nur für den Spaß ja bei Trine 2 oder Trine allgemein war das ja auch so das das hat mich an dem Spiel fasziniert und das fasziniert mich allgemein bei Spielen diese 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 wie bei es war eigentlich wie bei Hitman du musstest es gab zum Weiterkommen nicht nur einen Weg mhm du konntest rätselig auf eine eine Art und Weise lösen du musstest die Fähigkeiten der drei Leute verschieden nutzen und konntest auf viele verschiedene Möglichkeiten auch wenn nur eine offensichtlich war weiter ja das stimmt das ist es auch heutzutage wenn ich das so höre Leute holen sich Lösungsbücher für Spiele das Geld hätte ich früher gar nicht ausgegeben guck doch mal wie du vorankommst im Internet Google ist dein Freund wo ich sag Leute ich suche die Herausforderung das betone ich immer wieder das werde ich auch noch öfters betonen wie viele Herausforderungen im Spiel haben auch vor bevor wir die Aufnahme gestartet haben habe ich zu Banane gesagt äh ich habe einen Bosskampf auf Final Fantasy und das ist diese Herausforderung die suche ich vier, fünfmal den verreckt ich habe vier, fünfmal die Taktik geändert wobei Lösungsbücher kaufe ich mir aber recht gerne auch wegen dem drumherum da nehme ich immer gerne als Beispiel das Skyrim Lösungsbuch weil das war bis jetzt das Umfangreis das ich je gesehen habe wo viel drin stand was dir nicht direkt im Spiel weitergehalten hat sondern was einfach dein Spielerlebnis noch bereichert hat also wie gesagt zum Lösungsbuch wollte ich eigentlich auch auch gesagt haben äh habe ich früher auch googelt bin ich ganz ehrlich mittlerweile nicht mehr so sehr aber zum Beispiel wie GTA habe ich zum Beispiel zwei Lösungsbücher zu Hause liegen weil ich finde es so bei so größeren Spielen jetzt so Open World Klamotten oder damals zum Beispiel ich habe noch das von GoldenEye habe ich sogar noch hier liegen das ist das ne von GoldenEye und von PerfectDunters Lösungsbuch habe ich hier liegen weil einfach die Spiele inhaltlich viel viel mehr zu bieten haben wo du eigentlich als Otto normaler weißt also ich bin es nicht hätte auch nicht ich habe es jetzt nicht zum ich habe es mir erst sowieso meistens immer erst nach dem Spiel holt also wenn es einmal durch hatte habe ich mir erst die Hörungsbücher geholt genau und dann habe ich reingeschaut um zu gucken was kann ich noch entdecken eventuell wo kann ich vielleicht was finden oder was für Waffentipps gibt es zum Beispiel von Perfect Dark fand ich so geil dass sogar Multiplayer-Karten drin waren wo du halt da hattest ja die Möglichkeit Bots einzustellen für den Multiplayer und man konnte dann halt ne richtig coole Bot-Armee sich da hinstellen und schauen welche Waffe dafür ideal ist da konnte man halt so ein bisschen rumprobieren das fand ich an Lösungsbücher finde ich sowas natürlich relativ schön also ich muss da als höchste sagen auch wieder etwas das ist oft erwähnt wie das Final Fantasy 7 da bin ich ein wandelndes Lösungsbuch dafür ich habe da über 1000 Stunden in dem Spiel gehabt das Spiel hat mich zwei Playstation 1 gekostet wie das denn ich kenne erhitzt wir sind zwei verbrannt oh man du ich bin da so zweimal einfach nur überhiss es hat so viel Spaß gemacht das Spiel diese ganzen Geheimnisse die da verbaut waren was man damals von Playstation 1 die nicht so gedacht hätte dass da so viel drumherum so viele Möglichkeiten sind eigene Chocobos zu züchten oder Materien zu finden wo man sie findet geheime Materien das war so ich freue mich ehrlich gesagt ich freue mich auf das Remake von Square Enix jetzt auf der E3 angekündigt hat ich werde mir das definitiv holen ich werde das suchen und dann werde ich mal gucken ob es wirklich noch ein grafischer Remake ist oder komplett neue Spieler für die Story abgeändert haben Freni mach doch mal Skytnik aus ja sorry wow jetzt hört man dich auch ein bisschen besser das ist halt ich bin da man kann mich fragen Final Fantasy kann ich heute noch alles verantworten wow da habe ich zwei also Skyrim und Pokémon ja du bist ein wandelnder Pokédex ja das stimmt allerdings Pikachu Maus Pokémon aber wie würde denn ich sag mal wie würde denn ein Lösungsbuch aussehen von The Crew mit den ganzen also Lösungsbücher sind ja erstens die Aufzählung aller Quests die Story Quests und wie du sie am besten angehst also Tipps um sie zu lösen und halt alles was sich mit der Quest beschäftigt und was du danach machen musst was für Belohnungen du kriegst dann die Tests wie du die am besten bewältigst für jeden einzelnen Fest ähm dann halt so Tipps und genau Fahrzeuge äh Aufleveln Möglichkeiten natürlich sind Lösungsbücher dann immer so ein bisschen ähm scheiße will ich nicht sagen aber ungenau sobald ein DLC rauskommt ja ja das ist keine Sache aber ein DLC da muss ich dich mal kurz noch unterbrechen du sagst ein Lösungsbuch mit DLC und das Ganze ähm DLCs werden oft sehr spät nach Release gegeben dass man dafür rein theoretisch nochmal ein extra eigenes Lösungsbuch holen müsste das gibt es ja auch manchmal ja wo ich sag jetzt zum Beispiel The Witcher The Witcher hat jetzt zwei DLCs angekündigt mit jeweils 30 Stunden Spielzeit große DLCs das hieß ein Passbesitzer oder so zum extra kaufen noch nicht einmal die Entwickler wissen genau was da drin dran kommt ja das stimmt weil die noch nicht fertig sind das finde ich das so ein bisschen auch heutzutage mit diesen Lösungsbüchern wenn man diese Lösungsbücher online veröffentlichen würde als E-Book oder so dass die geupdatet werden würde ich das super finden jeder hat heute hat ein Smartphone oder hat ein Tablet oder sonst was und für diese Geräte gibt es E-Book Readers ich selbst habe eins für meine Fachbücher da kann man wirklich gut nachlesen man kriegt dann halt ein Update vom Verlag vom DLC dann ja aber das ist dann doch schon ein anderes Gefühl dieses Lösungsbuch in der Hand zu halten ich blätter da immer gerne mal durch das ist ein anderes Gefühl einfach Banane nur zuschieben ist einfach so also so ein Buch in der Hand zu haben auch wenn die digitalen Medien halt sehr präsent sind natürlich jetzt so in der Zeit aber finde ich doch so Bücher und alles finde ich schon sehr geile zum Thema digitalen Medien gibt es auch was zu sagen die CD und die Blu-ray sterben ja jetzt aus ja ich suche der USB-Stick wird auch ja der USB-Stick ist auch am aussterben heutzutage hast du für alles eine Cloud ja gut aber USB-Stick lad uns doch auf die Cloud hoch und klar also ich ich loot so gut wie keine Cloud also bisher außer jetzt hier vielleicht im Online-Speicher von Playstation aber ansonsten aber ansonsten ne eine Sache kurz auf Thema mit dem Lambo kann man also mit dem Serien-Lambo kann man verflucht geil driften habe ich im Schlecht-Beat gemerkt das ist das erste Mal das ich gut aussehenden Drift um eine ganze Kurve gemacht habe bei so 17 und wir sind ziemlich voraussehen also die Kurve hat man nicht voraussehen können nein das stimmt da ging es im Backup das stimmt wir sind ziemlich vom Anfangsthema abgekommen ist mir auch aber gut ja das Anfangsthema war ja was war das Anfangsthema nochmal gewesen ich habe schon wieder mittlerweile vergessen Geflame in Foren über Server-Status und das Ganze Geflame genau ja Geflame richtig beim Flexi zum Beispiel wir haben den Vorteil wir haben Flexi bei dem kriege ich morgen schon sie oder was das Nachricht mit Update-News zu der Crew oder wann Server-Wartungen sind jeder von uns hat so seine seine wie soll ich sagen Funktionen in der Früh Flexi gibt PS4 Updates zu Spielen und zu Server und Warnungsarbeiten und alles was mit sich ist wie um also sich um die PS4 handelt René verschickt schmuddelige Bilder gar nicht ok du schickst nur mir schmuddelige Bilder den anderen schickst du lustige Bilder richtig genau und die anderen sind eigentlich dafür da einfach nur guten Morgen zu sagen genau ich bin dafür da zu schlafen ja was du schlafen kannst ist das auch normal Thema Wecker Thema Wecker wenn ihr morgens früh aussteht muss zur Arbeit wie viele Wecker stellt ihr euch also ich persönlich würde stellen mir ein also ich persönlich auch mir ein da man auf dem da man auf dem S5 maximal in den Intervall von drei Minuten einstellen kann habe ich drei Wecker damit es alle Minuten klingelt aber das weiß nicht dass ich den Wecker höre auf dem Intervall von fünf Minuten zehnmal einstellen ok ja ich habe innerhalb von drei Minuten zehnmal und dann klingeln halt eine halbe Stunde jede Minute also meine Schlummertaste am Wecker geht fünf Minuten immer warten wir kurz das war ja mich hat das rausgehauen mhm da oh Mann ey ja wohl kann weitergehen äh ich habe mein Wecker gesetzt von fünf bis sechs Uhr morgens also ich ich muss ich muss gestehen als ich um fünf Uhr aufstehen musste für die Arbeit mhm ist es mir viel viel leichter gefallen aufzustehen mhm viel viel leichter ist es ja auch ist es auch als um sieben oder so du hast irgendwann auch einen Schlafhypnus drin richtig wenn du regelmäßig aufstehst ja das ist zum Beispiel etwas was mich bei euch gestern so ich stehe jeden Morgen um fünf Uhr auf das ist um fünf und halb sechs ich bin dann irgendwann um zwei Uhr nachts so dermaßen müde weiß ich kennt ihr das wenn ihr so müde seid dass euch schlecht wird ne 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 ok nein also ich konnte wirklich nimmer ist es war war fertig ok ja es war ne aber du hast wie gesagt wenn du da gebe ich mir nicht schon recht also wenn du hier regelmäßig irgendwie so keine Ahnung du hast da noch irgendwas drin wenn du um fünf Uhr aufstehen irgendwie oder so oder sechs Uhr aufstehen dann hast du irgendwann einen Rhythmus drin und dann bist du auch nicht mehr so müde weil du es eigentlich einmal drin hast aber jeder von uns schliebt gerne aus Indie Games ich hab dann den Wecker klingeln hören bin wach geworden hab mir gedacht weißt du was nein du musst heute nicht mach den Wecker aus und das war der schönste Schlaf danach ob es glott oder nicht das ist das beste dass du dich noch mal hin wenn du dich noch mal hinlegen kannst wenn du aufstehst weck mich auf damit ich noch eine halbe Stunde brennen kann ja kennt ihr das wenn ihr von der Arbeit nach Hause und so müde seid und denkt ihr legt euch mal eine Stunde hin oder so und dann wacht ihr auf so schocken scheiße ich muss doch zur Arbeit ja ja dieses Gefühl kennen wir glaube ich alle ich finde das vor allem wenn man wenn man einschläft und dann wacht man auf man hat keine Ahnung ob es jetzt früher Morgen ist oder spät am Abend was für ein Tag das hatte ich bis jetzt ein, zwei, drei Mal hatte ich das immer wenn ich von reisen kann oder bei der Gamescom bei der Gamescom das war wunderbar erster Tag wir waren das muss ich mal erzählen wir waren halt irgendwie keine Ahnung wir hatten beide anstrengende Tage hinter uns haben wir uns so für die Gamescom Reise drei Stunden Puffe eingebaut weil viele Baustellen und Köln weißt du 600 Kilometer ja haben wir uns gedacht jo um neun ankommen fahren wir um null Uhr los ok es gab kein Stau es gab keine Baustelle wir waren um Punkt sechs in Köln so sind wir erst mal angestarrt also waren wir auf dem Gamescom Parkplatz mein Kumpel hat sich nochmal hingelegt auf der Rückmache und ich hab ACD sie gehört zum Wachenbleiben so Gamescom wir mussten noch mal eineinhalb Stunden vor den Toren der Gamescom fahren bis wir rein konnten wir waren so angemessen aber es gab viele viele hübsche Cosplayer davor vor den Toren also fragen wir eure längste Autofahrt die ihr gehabt habt meine längste Autofahrt 14 Stunden ne meine längste Autofahrt 10 Kilometer von 8 bis 1 Uhr nachts 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts ja irgendwie sowas das war die Linksautofahrt glaube ich also meine auch das sind 17 Stunden 17,18 Stunden sind wir glaube ich gefahren ja also nicht am Stück sondern auch mit Pause aber trotzdem wir hatten einmal eine Stunde Pause so ungefähr so ein paar Mal paar Minuten aber das war halt ja 14,18 Stunden 1700 Kilometer ja meine längste Autofahrt waren 38 Stunden anhalb okay von Madrid nach Moskau okay ja mein Vater hat Skookangst meine Mutter auch ach so Geschäftstermin in Moskau wie kommst du da hin jo wir sind mit dem Auto gefahren es gibt ja sowas das heißt zu wow war eine Erfindung so um die späte um die späte achte ich weiß aber mein Vater hat gesagt hat gesagt Zug doch genau so lange wie mit Auto Auto haben wir Vorteil wir können das doch bewegen ja aber gut leiden kannst du ja auch Auto ähm mein Vater hat einen Geizknochen ich glaube der Schotte ja oder Schwabe oder Schwabe ne der kam oh sorry na äh mein Vater hat das Geizknochen okay warum Auto mieten wenn ich ein Auto hab naja gut klar naja wie gesagt Köln wir waren so angefressen erstmal und dann die Gamescom war schon geil aber es war Bullenanstrengend so sind wir ins Hotel haben uns hingelegt und dann sind wir aufgewacht so zur Dämmerung und wir hatten wirklich keinen Plan ja weil keine Uhr da war wir hatten keinen Plan ist es jetzt abends oder ist es morgens müssten wir schon wieder zur Gamescom was ist ja los ich würde sagen ich würde sagen Indie Games machen wir dann in der nächsten Folge wir sind nämlich jetzt gleich schon da und mit dieser Bombenmeldung ja verabschieden wir uns ja wir sind nämlich jetzt gleich wollen wir uns noch sammeln ja ich würde sagen jetzt hier haben wir ich bin noch völlig sammeln denn Indie Games ich finde Indie Games ist echt noch ein Thema was wir dann in der nächsten Box und Stop dann würde ich sagen bearbeiten oder besprechen was euch dann auch interessieren könnte ja was wir dann intensiv thematisieren werden und da seid ihr dann wieder mit am Start während wir dann ja wieder mit von der Partie sind hier das Boxen Stop Team die Boxenluder genau die Boxenluder ja und damit würde ich sagen verabschieden wir uns für diese Folge macht's gut tschüss 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 tschüss